Schöne an! Ja, ich sehe was. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Gar nicht. Geht die Hübersicht. Gehen wir auf N-Stream? Ja. Okay. Gehen wir auf N-Stream? Gehen wir auf Posten? Ich will jetzt mal. Das ist doch. Ich will jetzt mal. Das ist doch. Das ist doch. Ich bin jetzt nicht so. Und dieses Sound wiederkommt der Platz mit dir. So. Das ist so wiederkommt der Platz mit dir. Also wir nehmen jetzt mal Straßenbahn, jetzt ist es besser, guck es. So, warten wir erstmal bis es wieder so gesehen geladen ist. Warte, wir nehmen jetzt Straßenbahn Doppeltraktion. Herr Papa, hat es bei dir funktioniert? Okay, wir haben noch einen aktuellen Zuschauer leider. So, warte, wir nehmen jetzt weiter. Okay. So, jetzt hat's gelogen. Dann gehen wir auf Trendy Code. Und dann wählen wir Trendy. Jetzt geht's hoch aus. Was guckst du an meine privaten Nachrichten? Was denkst du, was ich schon gemacht hab? Wann geht's los? Guck mal, dann passiert nämlich das. Doch, es funktioniert ja, wenn du mal gewartet hättest. Wenn du jetzt dahin gehst, bescheißen uns in die Hose. Guck mal. 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 Hallo, ich weiß gar nicht, ob man den Sound hört. Hallo, ich weiß gar nicht, ob man den Sound hört. Hallo, ich weiß gar nicht, ob man den Sound hört. Papa, komm mal. Papa. Prima kurz dein Handy. Hör, 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 und das ist jetzt doppelt. Weil bei mir hält ich das doppelt auf meinem Handy. Hey. Es hat geladen. Wann hast du den Sound erobertes? Ich weiß nicht, ob man den Sound hört, wenn mich über das gehört. Das ist ganz normal. Nein, nein, nein. Vom Spiel. Das weiß ich glaub nicht. Schlafen. Schlafen. Schon? Scheiße. Schon? Schlafen. Es braucht halt eine Weile. Schlafen. 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 So, wir richten unser Fahrzeug jetzt erstmal ein, dass wir es schminkeln. So, wir richten unser Fahrzeug jetzt erstmal ein, dass wir es schminkeln. So, also, auf, erst mal Fappler, hinten sind dran, jetzt Küchenhopper muss das Luste passen. So, genau, und dann zieh ich auf die Zipselkartenberg. So, ich hoffe ich muss noch kurz die Schaut löschen. So, ich hoffe ich muss noch kurz die Schaut löschen. Papa, 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 Papa Das war's für mich. Und durchfahren. Sorry, wenn es ein bisschen hängt. So, wenn es ein bisschen hängt. Schade, es ist schon ein bisschen spät. So, wenn es ein bisschen hängt. 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 Untertitelung des ZDF Es ist ja auch nicht ... ... ab, ab, ab und ab ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir fahren jetzt, äh, Richtung Heimrichskönigplatz Glästere. Müsste, glaube ich, ein Ausstieg rechts oder links sein, wenn ihr nicht... Nehmen wir mal die Tür vor, aber zurück. Ist mir klar, dass manche aussteigen wollen von euch. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich mit dem Bahnhof ein. Ein bisschen Glanz geben, falls ihr euch nicht mehr holen wollt, sie ist kostenlos. Das heißt, Straßenbahn ist ein Kartenwerk. Könnt ihr bei Steam kaufen oder auch bei Microsoft auf der Website. Das ist ein Stück von der Tür rechts. Wir wissen gerade was. Wir haben doch 6 Minuten, wir haben 0,6 Sekunden verfrühen. Das ist noch gut. Äh, der Herr, wollen sie jetzt einsteigen oder nicht? Oh, ne, da steht gar nicht an der Tür. Das piept, was ihr hört, das ist von der Tür. Ach, scheiße, jetzt müssen wir stehen bleiben. Scheiße, ich glaube, links ist gerade aus und die rechte, äh, die linke Ampel ist gerade aus und die rechte Ampel ist gerade aus. Ach, rechts wird auch ein Sinn mit dem. Das ist wieder 5 Stunden warten. checking und wissen, dass ihr gerade aus nicht auf den Lenken seid. Das Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wir fahren das Ganze in Ormsi 2. Es ist kein Train-Toyolette. Habe ich allerdings auch. Meinsen, Kollege? Ich habe nicht zu früher. Ich muss jetzt gucken, dass wir ein bisschen schneller fahren. Also nicht schneller, sondern zügiger. Dass wir jetzt ein bisschen schneller ansteigen müssen. Dafür werde ich jetzt auch noch schauen. Wir müssen jetzt noch links. Oder wir gehen da vorne. Und volle Kraft voraus. Wie der 50. Oder wir können jetzt? Oder wir gehen da vorne. Das ist schon mal so gut, so gut, so gut, so gut, so gut. Wer bin ich überhaupt? Hab ich wohl vergessen? Komm schon, ich hab ne Stücke zur Tagzeit. Ich hab noch das Gutes. Einmal. Einmal. Hallo! Der ist schon zwei Minuten verspätet und das sollte mir vielleicht auch vollen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe alles mit den Kopf und das zuerst mal kurz, dass ich mich nicht aussahe. Ich habe die Läge geöffnet. Ich habe mehr davon, dass es mich nicht so SAY, dass ich nicht so看看, dass ich mich nicht so sehe. Ich habe das Mación. Ich gehe mal kurz um zuerst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. Aha. So. 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 lado rzecz rates. So. 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 Wie ihr gesehen habt bei Open on Steam Ich weiß nicht wieso das so heißt Hat man ja gesehen Dass meine Mystery ja leider nicht Funktioniert hat Okay, dann kann ich leider nicht Waffen, benutze jetzt hier mal Carpenter Blocks Das funktioniert tatsächlich Ich muss das kurz verbessern Irgendwo hier war das Oh So, die zwei Blöcke Machen wir das mal weg Also jetzt Machen wir das mal so Lock das Zimmermanns wieder Und dann hat sich die ganze Schiffe auch schon erledigt Machen wir es hier mal auf Und gehen rein Und wenn man sieht Es ist nichts mehr Geil So, dann gehen wir wieder weiter So, dann haben wir hier das Wasser Setzen wir mal hier hin Also wir machen jetzt das Wasser in der Hand Machen wir mal so So, dann gehen wir weiter So, dann gehe ich Dia LLC So, dann kommen wir mal rein So, dann gehen wir zumindest So, dann gehen wir mal So, jetzt wollen wir ein kleines Wasser tragen. Auf der anderen Seite bauen wir jetzt auch Bäume kutzen. So, jetzt machen wir ein kleines Wasser. Einmal? Einmal. und ein bisschen unter so dass wir die zoll nicht direkt zieht das müssen wir jetzt auf der anderen Seite noch mal machen Hilfe wenn ich es jetzt ganz normal spielen würde ohne dass ich die Blätter im Platz würde ich die Blätter überrasen dann habe ich sie immer abgerissen wenn ich es ganz normal gespielt habe aber jetzt brauchst du dann aber ich will halt nicht dass man den Zaun sieht hat funktioniert hat funktioniert hat funktioniert das reicht doch schon okay das sollte schon passen ich denke dass wir nichts mehr groß verändern kommt mal direkt hier und sieht man schon zwei einbrach hier und die anderen leider nicht doch jetzt auch da oben seht ihr hier da Riese Riese die kleine Leider ist jetzt doch der Park geschlossen das müssen wir jetzt mal ganz schnell ändern so ist die Riese geschlossen ich hab den Blutensticht der kratzt voll Boah oh Schuss kommen bei den Spanienbrachlis gesichteten aber ich ja ich kann sie jederzeit besichtigen schreckt man ich habe einen Schritt um nicht vorbei ist und ich will dir noch in die Kommentare oder bei nächster Leiste im Chat ob das Geld für die Brachlis zu klein ist ich würde mich sehr freuen und eine Info morgen um 13 13 14 Uhr kommt ein Stream und vielleicht auch ein bisschen früher wer weiß wie und 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 Oh mein Gott, war das knapp. Ich stehe vielleicht schon auf mich stecken. Ich stehe es. Oh mein Gott, ich höre was an die Nassbicka. Oh mein Gott, ich höre was an die Nassbicka. Oh mein Gott, ich höre was an die Nassbicka. Oh mein Gott, ich höre was an die Nassbicka, ich höre was an die Nassbicka, ich höre was an die Nassbicka. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen rumgehen durch den Park. Ich habe ein bisschen Essen ausgeschmuggelt. Ich gehe hier rein, Tür auf und wieder zu. Also Babys 5 Euro, Kinder bis 6 bis 11, 10 Euro, Kinder bis 12 und so. Also ab 12 auf 14 bis 18, 16 Euro wachsen, äh, 13, 16 Euro, Rentner ab 60 Jahren 26 Euro. Und das ist Geld, das habe ich hier schon mal erklärt. Und das sind die Schlüssel. Ich gehe mal in die Kanalisation. Guck mal, was wir noch machen können. Du kriegst die rostige Lukas und auch schnell, dass da lange niemand mehr reingegangen ist. Und deswegen auch die rostige Leitern hier. Die sind voll lang. Schloss... oder die kalte Möker... ...schlossen wegen einer Bewegungsarbeit... Rein gesagt... ...beschloß wie denn... ...beschloß... ін tишь... 18 bis 13 Оч... Pisen... Schaus... Ich glaube, das mit dem Wasser hier reicht auch, oder? Soll ich den Weg hier noch ein bisschen besser gestalten mit so Blumen oder so? Ach komm, machen wir es mal kurz. Ich brauche Falsch, ja, da Falsch. Ach, ne, man, so ein schönes... Ich weiß jetzt, ob wir dann ein Rex hier wieder, aber ich kann nichts dafür. Wenn wir halt in der Nähe von T-Rex gegen sie müssen, müssen wir das auch raus. Scheiße. Ich glaube, das alles hat irgendwie hoch. Wie soll ich das hier eigentlich im Ort? Wie soll ich das aus? Das sieht scheiße aus. Wir machen hier einfach ein Block dazwischen. So, jetzt wird es nur mit den ganzen Türen hochzuklauen. Dass sich das so anhört. So, das ist alles jetzt fertig. Und wir machen jetzt... Wir nehmen jetzt... ...drei, vier, fünf... Blumen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blumen mit auf. Woher kriegen wir den? Keine Ahnung. Schon 43? Hm. Oder soll ich bis 50 machen? hàng mit 55? Dann ist es ein bisschen länger dauert. das muss ich dann wirklich tagsüber machen ich glaube man hört schon dass ich würde beim Beispiel schon halt morgens 6 aufgestanden äh 5 aufgestanden und dann bin ich auch müde und war halt noch im Freibad mit meiner Cousine und ja die hat mich ein bisschen auf den Trab gehalten deswegen fertig ist unser Blumentopf kaputt Blumentopf platzt hier ich finde es schon ein bisschen besser ich weiß noch was du machst da vorne ist ein Schweinchen wo ist der Vogel da ist ein Vogel wo bist du ach man Vogelchen ist weg schnalldurch du bitte weiter auskommst Wie gesagt, der Läu-Sumulierland ist ja geschlossen. Okay, man kann theoretisch auf den Krankenbocken gehen. Ich lockte das Gewicht recht aus. Was ist jetzt im Kran? Okay, doch nicht. Hier hat man echt eine gute Aussicht. Also ich finde es okay, dass der Kran hier steht. Aber man müsste ja auch damit rechnen, dass da die Sachen runtertransportiert werden. Und ich mache jetzt gleich leider Schluss. Wie gesagt, ich bin hunde-müde. Und ich gehe bei das Bett. Was ist denn? Was ist da? Leute, was ist da? Was? Was? Vor allem finde ich gut die Textur wieder ist, weil die Blätter da runterfallen. Guck, der schluss mal an. Und dann muss er ja alles zum Himmel hochstehen. Als das Blätter regnen würde. Ich weiß nicht, wie ich den Spielplatz hier baue und so. Ach, ich weiß was, wir bauen den Spielplatz so. Und dann, wie wir sehen, 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 wie wir Ich weiß, da ist noch nicht verbaut. Und es dann noch auf Zeitdruck macht. Aber ich mach da nicht auf Zeitdruck. Wenn ich es nicht fertig werde, dann werde ich nicht fertig. Dann machen wir es morgen. Ich glaube, ich mach die Umwandlung um zwei Blöcke höher. Also insgesamt zwei Blöcke hoch. So, noch ein bisschen durch die Liste. Ich weiß, dass der Bedrock ist. Ich spiele auf einer flachen Welt. Das ist immer so ein Nachteil, wenn man auf einer flachen Welt spielt. So, und da fließt es runter. Und verteilt sich. Hier machen wir den. Treppe und so. Dann muss man da die Leiter aufklittern. So, jetzt fahren wir noch kurz Leiter an. Und schon kann der Spaß beginnen. Juhu. 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 So, das ist noch mal eine ordentliche Rutsche, oder? Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst wirklich einen Daumen hoch und ein Abo da. Und wie immer schaut beim nächsten Mal vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.